Ja, Mahlzeit oder auch einen schönen guten Tag! Heute gibt es ein weiteres Ranking-Video und zwar kommen wir zu den Sets aus dem Jahr 2009 zu der goldenen Lego Star Wars Zeit also mit wirklich vielen richtig coolen Sets und von daher wird das auch ein interessantes Video aber davor noch kurz, das Ganze ist meine eigene Meinung mich würde es sehr interessieren, wenn du eine andere Meinung hast oder meinetwegen auch die gleiche Meinung was du denn für eine Meinung zu diesen Sets hast und natürlich auch zu den Platzierungen von diesen Sets von daher teilt es mir gerne mit für Verbesserungsvorschläge stehe ich sowieso gerne zur Verfügung und das Einzige, was ich jetzt davor noch sagen möchte ist, dass es 19 Sets gibt, die in dieses Ranking mit hineinkommen aber dabei sind keine Polybags, keine Brickheads, keine Comic-Con-Sets und keine Buildable-Figures oder in diesem Jahr, im Jahr 2009, gab es auch Collectable-Displays das kommt alles nicht mit rein sondern nur diese 19 Sets, die ich euch jetzt vorstellen werde fangen wir also an mit dem 19. Platz und das ist die 7778, der Midi-Scale Falcon der ist für 40 Euro erschienen und ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben also ein absolut schlechtes Set ein paar hundert Teile sind dabei keine Minifiguren, das ist nichts Halbes und nichts Ganzes von daher letzter Platz auf Platz 18 ist die 7754 und zwar die Home One Mon Calamari Star Cruiser für 140 Euro erschienen ja meine Güte, ist das teuer und ich weiß auch nicht so ganz, was dieses Set bewirken soll man hat da einen kleinen Ausschnitt von einem oder einen kleinen Teil von einem Mon Calamari Kreuzer und dann ist da ein A-Wing drin aber dieses ganze Set sieht einfach nach überhaupt nichts aus und nicht falsch verstehen einen Mon Calamari Kreuzer wäre ja mal absolut cool wenn sie den als originales Lego Star Wars Set rausbringen würden da wäre ich sowas von dabei ich komme auf den 17. Platz zu sprechen und hier ist die 8037 Anakin's Y-Wing es ist in Ordnung so ein gelber Y-Wing aber wie schon im Ranking von 2007 erwähnt ja es gab jetzt so viele Y-Wings Y-Wings sind einfach nichts Besonderes für mich mehr und deswegen ranke ich dieses Set auch nicht besser es geht weiter mit dem 16. Platz und auf dem 16. Platz ist die 7751 Ahsoka Starfighter für 47 Euro erschienen und es ist zwar der einzige Ahsoka Starfighter der erschienen ist deswegen ist es auch was Besonderes allerdings ist es mir zu viel Geld 40 Euro hätten wie ich finde auch gereicht vor allem weil da nur die Ahsoka Figur dabei ist und die Figur von ihrem Droiden ansonsten sind da ja zusammengebaute Bass-Droiden dabei okay aber ist jetzt halt auch nichts Besonderes zum 15. Platz auf dem 15. Platz ist die 8015 das Assassin's Droid Battle Pack und das könnte für Diskussionen sorgen das Set hat 15 Euro gekostet und es waren 5 Minifiguren dabei und zwar 5 Assassin's Droid Battle Minifiguren an sich schon eine coole Sache allerdings gefallen mir die Figuren wirklich nicht von daher möchte ich das Set einfach nicht besser ranken Platz 14 ist die 7753 der Pirate Tank da ist Obi-Wan dabei Hondo und noch ein anderer Pirat die Figuren finde ich cool und vor allem als Kind fand ich damals das Set auch richtig cool als Kind hätte ich das Set wahrscheinlich noch viel besser gerankt inzwischen finde ich es nicht mehr ganz so besonders aber der Preis von 40 Euro ist noch in Ordnung also wenn man das vergleicht mit dem Ahsoka Starfighter wie gesagt hätte ich auch 40 Euro angesetzt da ist das auf jeden Fall besser ich komme auf den 13. Platz zu sprechen und hier ist die 8016 der Hyäner Droid Bomber für 27 Euro erschienen drei Jetpack Droiden dabei ist eine coole Sache es gibt ja keine Sets mehr für 27 Euro die kosten ja dann jetzt alle 30 also dieser Preisbereich der ist wirklich in Ordnung auch wenn es jetzt nur drei Figuren sind natürlich man könnte immer noch eine schöne Figur mit dazu packen das wäre eigentlich bei Star Wars immer noch möglich und die Preise wären dann immer noch in Ordnung ich finde dieses Set halt einfach cool als Kind hatte ich damit viel Spaß und mir gefällt es heute auch noch ganz gut von daher Platz 13 wir kommen zum 12. Platz und da ist die 8036 das Separatist Shuttle für 37 Euro erschienen und mit einer wie ich finde unterschätzten Minifigur und zwar ist dort Newt Gangray dabei und dann noch so ein anderer Politiker auf jeden Fall ich finde die Newt Gangray Figur sehr cool außerdem sind noch drei Droiden dabei unter anderem ein Pilot also durchaus in Ordnung und auch heute noch finde ich dieses Shuttle cool halt wegen Episode 3 da kommt es zwar nur ganz kurz vor auf Uta Pau aber ich finde es halt einfach cool wie General Grievous da rausspaziert kommt von daher ist es bei mir so gut gerankt es geht weiter mit Platz 11 und hier ist die 8017 Darth Vader's Tie Fighter ist für 37 Euro erschienen mit einer Darth Vader Figur dabei gut welche Figur sollte man auch sonst noch mit dazu packen aber auf jeden Fall ist nicht allzu oft in einer größeren Variante erschienen von daher eine coole Sache ich komme auf den 10. Platz zu sprechen und hier ist die 8019 das Republic Attack Shuttle für 70 Euro erschienen stattlicher Preis allerdings ist Darth Maes Windu mit dabei und damals war das eine so besondere Minifigur dieser Maes Windu richtig cool vor allem halt auch mit der lilanen Klinge die damals halt auch besonders war heute nicht mehr so wirklich besonders und außergewöhnlich allerdings hatte ich damit viel Spaß ich finde das Shuttle auch wirklich in Ordnung und wegen den guten Erinnerungen auf Platz 10 auf Platz 9 die 7749 hier ist die Echo Base wieder ein Set für 27 Euro ist ein guter Preis und vor allem war dieses Set halt auch cool einfach mal zwei Rebellensoldaten mit dabei also in ihrer Hoss Uniform oder in ihrem Hoss Outfit nah an Solo der Town Town mit einem coolen also ein cooler Town Town Malt war dabei und außerdem noch Snow Trooper vom Imperium mehrere Minifiguren ein cooler Town Town und die Kanone die kann man auch durchaus gebrauchen wenn man sich Hoss nachbauen möchte oder eine Hoss Schlacht darstellen möchte von daher sehr sehr cooles Set habe ich auch einmal hätte ich jetzt inzwischen lieber also hätte ich jetzt gerne öfter auf dem 8. Platz ist die 7752 Count Dooku Solar Sailor für 68 Euro erschienen stattlicher Preis allerdings mit sehr coolen Minifiguren erstmal zum Gefährt dieser Solar Sailor der ist ja einmal kurz zum Ende von Episode 2 zu sehen das Gefährt gefällt mir nicht wirklich allerdings sind die Figuren ein wirklich richtiges Highlight vor allem damals war es noch ein größeres Highlight als heute aber heute auch noch wirklich coole Minifiguren und zwar Count Dooku okay der kam mir jetzt ein paar Mal vor aber dennoch nicht allzu oft vertreten und zwei Magna Guard Wachen richtig coole Sache die Magna Guard Wachen die kam mir nur in diesem Set vor und in dem Magna Guard Fighter der im letzten Ranking vor kam und die Wachen die sind wirklich mega cool die reißen dieses Set halt auch so raus und deswegen habe ich es auf Platz 8 gemacht ich komme auf den 7. Platz zu sprechen und hier ist die 7748 der Corporate Alliance Tank kann man gut gebrauchen dieses Set für 27 Euro erschienen zwei Klone mit dabei jeweils mit Jetpack coole Sache zwei normale Battle Droiden kann man auch gebrauchen also wirklich generische Figuren für eine super Armee für beide Seiten und den Alliance Tank den kann man auch gebrauchen so also als Kind hast du den einmal cool zum Spielen bist du als Kind dann auf eine größere Schlacht aus hast du das 2-3 Mal gehabt kannst du auch noch gut benutzen und die Figuren wie gesagt auch sehr gut zu nutzen und natürlich auch um eine Minifigurenarmee aufzubauen weiter geht es mit Platz 6 hier ist die 10198 die Tente 4 für 150 Euro und da muss ich sagen mir gefällt die neuere Tente 4 besser und zu dieser Tente 4 habe ich jetzt auch nicht so wirklich eine Verbindung weil dieses das Set ist damals komplett an mir vorbeigegangen und bisher bin ich jetzt auch nicht wirklich dazu gekommen oder mein Interesse ist auch nicht größer geworden an diesem Set von daher es ist eine coole Sache eine Tente 4 wirklich aber für eine bessere Platzierung hat es halt nicht gereicht auf dem nächsten Platz auf Platz 5 ist die 8018 und hier ist mir jetzt letztens durch mein Review das ich gemacht habe nochmal bewusst geworden was für ein cooles Set das denn eigentlich ist und zwar ist das der AAT der ist für 50 Euro erschienen drei Superkampf Droiden dabei mit Raketen Armen Meister Yoda einen Klon zwei normale Battle Droiden also von daher coole Figuren für eine Armee cooler AAT den man wirklich gut gebrauchen kann deswegen richtig coole Sache ich hätte es gerne noch ein paar noch ein zweimal mehr um die Armee damit zu ergänzen weiter geht es mit Platz 4 knapp an den Top 3 vorbei die 8038 der Endor Bunker für 100 Euro erschienen und eine wirklich coole Sache also wenn man sich dieses Set alleine gekauft hat damit konnte man als Kind schon eine richtig coole Schlacht nachspielen man hatte mehrere Rebellen dabei mit denen man den Bunker erobern konnte und dann auch mehrere Leute vom Imperium sowie den ATS-T also ein wirklich richtig gutes Spielset das würde ich mir als größeres Modell wünschen so wie das Evok Village einfach dass man sich das ins Regal stellen kann dass es so gut aussieht aber dass man damit auch noch spielen kann als Kind wenn es denn in die Hände eines Kindes kommt zum dritten Platz und zwar ist hier die 8039 der Venator habe ich ja bereits auch ein Review drüber gemacht und der Venator ist einfach total ikonisch finde ich richtig super dieses Set und hier liegt es nicht mal an den Figuren sondern wirklich an dem Modell an sich wie gesagt einfach ikonisch richtig cool und davon könnten sie auch gerne eine Neuauflage machen auf Platz 2 ist die 8014 das Clone Walker Battle Pack für mich na ich weiß nicht ob es das beste Battle Pack ist für mich aber auf jeden Fall eines der drei besten Battle Packs die jemals erschienen sind drei normale Klone wenn man möchte halt ein Klon mit Ausrüstung und ein Clone Gunner wie geil ist das denn leider habe ich es mir damals bloß bloß als Kind war es schon viel dreimal gekauft inzwischen habe ich es mir noch ein paar Mal gebraucht nachgekauft allerdings wäre es was wirklich richtig besonderes dieses Set neu und original verpackt zu haben und dann nicht nur einmal sondern wirklich eine ganze Fuhre voll damit ein paar zum wegpacken weil das Set ist wirklich teuer geworden also unter 145 Euro neu geht da nichts es sei denn man hat richtig Glück und dann natürlich auch einige um die Armee aufzustocken und ich komme auf Platz 1 zu sprechen ein wirklich legendäres Set die 10195 der ATOT mit Dropship damals für 250 Euro erschienen erst mal stattlich allerdings wenn man sich die Preisentwicklung anguckt dann hat es sich absolut gelohnt dieses Set zu kaufen weil selbst gebraucht geht es für über die UVP und zwar für 300 400 Euro auch gut und gerne für 500 Euro also verdoppelt schon und gebraucht ist das utopisch was da bezahlt wird also da bezahlt man locker das Dreifache fast das Vierfache von dem ursprünglichen Preis und es ist halt auch einfach ein mega cooles Set von daher verstehe ich nicht warum Lego das nicht zurückbringt durch The Clone Wars würden sich viele an diesem Dropship erfreuen der ATOT gut kann man mit leben ist nicht ich finde ATT besser aber der ATOT ist auch in Ordnung ist ja halt aus Episode 3 und Episode 3 feiere ich sowieso mega und ja mit diesem schönen Set beende ich dieses Ranking wie schon anfangs erwähnt würde ich mich sehr über deine Meinung freuen und ansonsten sag ich Tschau das so das das auch das 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 das